Astragon TML Studios präsentieren den Kehrmaschinen Simulator 2011 Willkommen meine lieben Freunde bei der Stadtreinigung Sauberhausen beim brandneuen Let's Play von Mafuyu Welcher jetzt sofort mit dem kleinen süßen Gefährt durch die Straße von Sauberhausen schlängelt und die Straße putzt, wischt und reinigt Wer soll es denn sonst machen? Ja, bevor es losgeht erstmal ein Blick auf die Grafikeinstellungen damit ihr wisst unter welchen Bedingungen wir durch Sauberhausen fahren So, Helligkeit, Kontrast, alles schön eingestellt Dann geht es auch schon los mit dem Tutorial Starten Ich habe bereits schon eine Runde gezockt und kann euch sagen, ich habe kläglich am Anfang versagt Das Tutorial ist ein bisschen unerklärlich zu verstehen und man am Anfang denkt man sich, hä? Also ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich meine Da befinden wir uns auch schon im Spiel Wunderschön sieht es aus Herrlich Hier unser kleiner Freund Uh, hallo Oh, jetzt habe ich da Mit einem Ohrring und einem eckigen Scheitel Geht's los in die Müllfahrerkarriere Betritt das Büro und schaue, ob eine neue Nachricht für dich eingegangen ist Machen wir glatt in der Ego-Shooter-Perspektive Fortsetzen, E-Mail, Auftrag, Karte, Abrechnung, Statistik, Fuhrpark, Shop, Sie haben eine neue Nachricht Jetzt bin ich direkt wieder auf Fortsetzen gegangen, das darf natürlich nicht sein, dann gehen wir nochmal schnell da rein Ein kleiner Patzer von mir E-Mail Hallo Hier ist der Bürgermeister von Sauberhausen Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Gründung der eigenen Firma Als Bürgermeister von Sauberhausen freue ich mich darüber, dass sie sich der Aufgabe stellen, unsere Stadt sauber zu halten Ich wünsche uns eine gute Zusammenarbeit Mit freundlichen Grüßen der Bürgermeister Annehmen Keine neuen Nachrichten Niemand mag uns Niemand So Begib dich zum Fahrzeug, diese steht gegenüber des Büros in der Halle Dummdi-dum Dummdi-dum Sesam, öffne dich Ha! Gott hat gesprochen Da steht auch schon der Flitzer Herrlich Drücke C, um einzusteigen Uh Mit der Maus kannst du dich im Cockpit umsehen Yay Richtig schön Drücke jetzt die Taste E, um den Motor zu starten E Mit der Pfeiltaste Links kannst du nach links lenken Ne Mit der Pfeiltaste Rechts kannst du nach rechts lenken Also die Flüscher sind auf jeden Fall schon mal herausragend Mit der Taste Bild auf schaltest du in den Vorwärtsgang Bing Drücke nun zweimal die Taste Bild ab, um in den Rückwärtsgang zu schalten Bing Löse nun die Handbremse durch Drücken der Taste Leertaste Erleicht Um Gas zu geben, hältst du die Pfeiltaste oben gedrückt Und zum Bremsen die Pfeiltaste unten Fahre nun aus der Halle zur markierten Stelle und halte dort an Auf geht's Nicht zu schnell Info Mit dem Mausrad kannst du aus dem Cockpit heraus, zoomen und wieder zurück Mit der Taste L schaltest du den Scheinwerfer ein Bing Mit der Taste P schaltest du das Aufblend ein, Licht ein und aus Bing, 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 bing Mit der Taste F schaltest du den Bürstenscheinwerfer ein, falls das Fahrzeug einen besitzt. Hammer. Schalte jetzt die Taste Komma um den linken Blinker ein. Schalte nun mit der Taste Punkt den linken Blinker wieder aus. Und jetzt machen wir natürlich den rechten Blinker an. Mit der Taste N schaltest du die Warnleuchter ein. Diese sollte bei jedem Einsatz eingeschaltet sein. Mit den Tasten 6 und 4 kannst du die Bürsten aus- und einfahren. Wahnsinn. Mit den Tasten 9 und 7 kannst du die Bürsten nach rechts und links fahren. Mit den Tasten 2 und 8 kannst du die Bürsten herunter- und hochfahren. Mit der Taste 5 schaltest du die Bürste an und aus. Manche Aufträge erfordern eine Nassreinigung. Um die Wasserdüse zu aktivieren, tust du die Taste T. Jetzt der Moment, wo ich mir gedacht habe, das verstehe ich nicht. Also, vor dir befindet sich ein kleiner Bereich, der verschmutzt ist. Reinige ihn und benutze dabei die Wasserdüse. Jetzt suche ich wie ein Verrückter, wo meinen die denn und bin geradeaus zur Garage gefahren. Aber jetzt guckt man rechts. Was sieht man da? Da ist der verdreckte Bereich. Also, machen wir natürlich das Lämpchen oben an. Die Nassreinigung. Das schöne Ding hier runter. Ausfahren natürlich. Lämpchen an. So, dann geht's auch schon los. Wir putzen die Straße. Dumm, die dumm. Wir putzen die Straße. Dumm, die dumm. Rückwärtsgang. Jetzt habe ich außerdem den Scheinwäsch angemacht. Die Frage ist bloß, wie. Also, so sauber wird's jetzt hier nicht. Ist die Dü... ist das Ding... Ach, ich muss die jetzt aktivieren. Hehehe, hab ich vergessen. Jetzt. Puh. Das kann ja jetzt dauern Hoffentlich bringt das denn jetzt auch was, was ich hier mache Ach ja, der Asphalt wird sauber Das ist ja schön Das müssen wir jetzt anscheinend hier den ganzen Kram putzen Das kann ja ewig dauern Ach weh Also ein bisschen hätte auch gereicht Aber wir können es eigentlich ganz einfach machen Wir fahren jetzt genau in die Mitte Und dann mache ich das einfach so Und dann die andere Seite Ja gut, das funktioniert nicht so wie es mir geerhofft habe Ach egal, machen wir es halt so Ja gut, das ist ja gut Ja gut, das ist ja gut